Passt, du hast ihn lassen und jetzt kannst du die Bremsen aus, ja? Passt schon? Die Bremsen aus, na? Wieder drucken? Noch weiter? Genau, passt. Schau, jetzt schreck mal den Fotograf davon. Sieh, 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 sieh. Schau, das geht fast. Nein, das ist wieder auf Lundtag. Ach so. So, schau, jetzt bleiben wir da mal kurz stehen. Okay, jetzt lassen wir, lassen wir den anderen fahren einmal. Ja, setzt sich auch gleich. Hast du gemerkt, wie man das macht? Da soll ich das nochmal erklären. Ja? Das ist ein Fultpedal, mach ich. Ja, den drückst du dann für mich. Bis du ungefähr 20% eingestellt, das heißt, der Zug da ist. Und dann lösen wir die Bremsen wieder aus und die Luftfahrt wieder weg. Passt. Genau, so lassen wir den schnell. Warte, musst du wieder ein bisschen fährducken, jetzt ist es wieder angegangen. Passt, so lassen wir den schnell. Komm, da auslösen, genau. Passt. Super. Geh, geschau. Aber wir lernen auch nicht. Und bist zu der Scheiben dabei, siehst du die rote Scheiben lassen? Und siehst du die? Bis dort hin, darf man fahren. So, jetzt kriegst du den wieder Zug in Null, genau. Nein, nicht so weit, Mitte. Und dann kannst du schon mal ein bisschen bremsen. Ja, genau. Dann bremsst nur ein. Sehr gut. So. 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 So.